Guten Morgen, mein Name ist Luzi Fieber, ich bin Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Seit dem 1. März dürfen Friseure und Gartensender wieder öffnen. Heute bin ich hier im Bauzentrum Schneider in Markdorf. Haben Sie auch einen Garten und wollen Sie jetzt im Frühling auch wieder alles auf Vordermann bringen? Dann sind Sie hier genau richtig. Kommen Sie mit! Hier gibt es ein perfektes Hygienekonzept, das macht das Einkaufen sicher und es macht Spaß. Hallo, mein Name ist Gerda Kira, ich bin die Marktleiterin vom Baumarkt Schneider in Markdorf. Wir freuen uns sehr, Sie wieder in unserem Gartenmarkt begrüßen zu dürfen. Während des Lockdowns haben wir unser Sortiment für Sie erweitert und stehen mit einer großen Auswahl für Sie bereit. Besonders jetzt im März beginnt die Gartenarbeit. Somit haben wir viele Pflanzen und Blumen für Sie im Angebot. Um Ihren Garten zu verschönern, bieten wir neue Designs an Gartenmöbel, Grills und Dekorationen an. Hallo, ich bin Josef Schneider, Geschäftsführer vom Bauzentrum Schneider in Markdorf. Wir finden Sie alles, was der Haus- und Heimwerker begehrt. Zum Beispiel Bauelemente, Farben, Lacke, Werkzeuge und Sanitär. Wenn Sie jetzt Ihren Garten- oder Heimwerkerprojekt in Angriff nehmen möchten, dann freuen wir uns sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Team im Bauzentrum Schneider in Markdorf.